Ein hundsgewöhnlicher Tag im Westen von Tansania. Wir sechs Kollegen waren unterwegs mit alten Bikes in einer menschenleeren Gegend. Zu Essen hatten wir nichts dabei, darum waren wir froh, dass ein kleines Töbel gekommen ist. Dort führten Svali und Abdull eine kleine Strassenbeiz. Sie haben sich riesig Freude, zum ersten Mal die Töbel weissen zu bedienen. Denen Kölben müssen wir etwas Besonderes bieten, haben sie sich gedacht. Statt April Ski konnten wir April Bike machen. In der Schöne, in der Schöne, die in der Schlässe Kon partial gestern von Tansania. In der Schöne, in der Schöne, in der Schöne wieder, Untertitelung des ZDF für funk, 2017